Henry ist nicht wieder zu erkennen. Er hat den Letzter... Was ist denn da los? What the fuck? Scheiße, das ist Henry! Was machen die da mit ihm? Eißer! Wow! Wow! Das sind die Chinesen! Fuck ey, ich brauch mal ne Deckung. Okay. Verdammt! Wer macht denn so eine Scheiße, Vito? Diese Kerle sind doch pervers! Scheiße! Wer ist denn zu sowas wie? Na wer wohl? Gott verdammt, Henry! Sieh dir das an, Vito? Ist denn so eine Scheiße zu fassen? Das Geld ist so. Hör, du hast Puppe! Komm, Joe. Wir müssen hier weg. Die Cops kümmern sich um Henry. Hey! Das ist der Alte, der uns den Stoff verkauft hat, Wong! Oh, das kriegt er jetzt erst mit. Ich verstehe es bloß gerade überhaupt nicht, weil der Wong eigentlich noch gar keinen Anlass hatte, ihn jetzt umzubringen, oder? Der Deal ist doch komplett sauber gelaufen mit dem. Das verstehe ich gerade nicht so ganz, das muss mir dann noch ein bisschen erklärt werden. Das erscheint mir gerade noch nicht so wirklich logisch, aber ich bin gespannt. Auf jeden Fall, es war völlig klar, Henry wollte zu viel für seine Verhältnisse. Er ist halt nicht der große Kopf irgendeiner Organisation gewesen, sondern er wollte das große Geschäft machen aus dem Nichts raus. Wobei er meinte, ein paar Kontakte zu haben. Und große Überraschung, es ging schief. Und zwar auf die brutalste mögliche Weise für ihn. War halt scheiße, ne? Die Frage ist, inwiefern stecken Joe und Vito jetzt drin in der ganzen Sache? Und kommen sie da wieder raus? Die Frage, mit dem Henry fallen lassen, hat sich ja jetzt eh schon erledigt, denn Henry ist tot. Immerhin muss ich aber sagen, kann Vito dadurch nicht mehr verraten werden, dass er Leo am Leben gelassen hat. Ja, ja, Wong kann von mir aus da reinfahren. Von daher ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass Henry gestorben ist, weil er jetzt sowieso unsipatisch geworden ist, seit er mit hier in der Familie drin war von Falcone. Aber jetzt räumen wir erst mal mit den Triaden auf. Nein, den Tom, Entschuldigung. Jetzt wissen wir, wo das Schwein steckt. Gut, dann nichts wie rein, knallen wir ihn ab, bevor er sich mit dem Geld absetzt. Warte, zuerst brauchen wir mal vernünftige Artillerie. Wir können entweder zu Harry fahren, oder wir machen die Asche gleich kalt. Du musst es nur sagen. Okay. Äh, was haben wir denn an Muni? Ne, weißt du, das reicht mir. Das kriegen wir hin. Äh, klar, lass mal hier stehen, okay. Ich glaub, das kriegen wir hin. Jetzt noch als großen Abschluss zu dieser Aufnahmesession und beim nächsten Mal ziehen wir dann den Rest durch vom Spiel. Ich glaub, so viel ist es nämlich gar nicht mehr. Alles super. Überzeugung, meine Herren, ein Crit nur für Mitglieder. Hier hast du den scheiß Mitgliedsbeitrag. Hast du sie noch alle? Musst du so einen Krach machen? Ja, muss ich. Du hast gesehen, was sie mit Henry gemacht haben. Verdammt, Joe, das verdankt ja dir. Warum hast du uns nicht gleich mit deinem Gong angekündigt? Dass der auch immer so volle Kanne auf Rache sind muss, ne? Alter, ist das ein Geschlachter hier. Okay. Kriegen wir hin? Kein Problem. Einer ist über uns. Ich glaub, hier von rechts kommt keiner, oder? Wirklich? Ist er tot? Ist das euer Ernst? Da hat sich denn das, wie ich mal ein Zelt ausgedacht hat. Wir müssen Wong finden. Ist für Henry, ihr Drecksäcke. So. Okay. Müssen wir uns mal schauen, dass wir hier ein bisschen am Muni kommen. Okay. Erstmal hier drüben wieder in Deckung. Wo sind die? Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir schnappe. Verdammt, kommen wir alle her. Hier muss irgendwo ein Tunnel nach China sein. Scheiße. Oh, das ist ein Scheiße. Noch zwei, dann haben wir's. Es ist schön, dass du mitzählst. Da war's nur noch einer. Und der ist... Keine Ahnung wo. Wo ist denn der? Ach da. Alles klar. Na dann. Geh ich mal wieder in Deckung, ne? So. Das war's auch für ihn. So. Du gehst zuerst. Du bist eine kleinere Zielscheibe. Danke. Verparnst. Sehr freundlich. Du freutest doch, dass wir es schlau anstellen. Okay. Willkommen. Hey. Lass mir jetzt einfach die Klexe fliegen. Wir kriegen ihn. Außer feiner Allsicht. Er am zu leckern. So. Wow, warte mal. Da ist noch einer da hinten. Ach, der hat er gerade kalt gemacht. Okay. Alles klar. Nochmal kurz die Muni einsammeln. Wo zum Henker ist der Wichser. Er muss hier irgendwo sein. Suchen wir weiter. Gut. Und die nächste Ecke. Also bisher... Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Da kommen immer mehr von den Lixern. Wie viele sind das denn noch? Ach nee. Ich hab noch jede Menge Kuchen. Und die Artillerie kriegt man hier auch, wenn man einfach mal das einsammelt, was die fallen lassen. So. Zeigt sich noch einer. Joe, du müsstest mal. Du bist in der besten Position. Wenn ich auf die andere Seite gehe, kann ich niemanden abschießen. Zeig ihn, mit wem sie sich angelegt haben, Vito. Ja, verpiss dich mal. So. Sehr gut. Hoho. Guter Schuss, Vito. Ja, das kann. So. Noch einer. Der hier wahrscheinlich gleich um die Ecke steht. Joe backt sich mal wieder in der Tür fest. Zeig ihn. Hört mal wie einem an. Okay. Räum mal auf da oben. Komm her, ihr kleinen Wichser. Alles klar. So. Kann ich hier noch was sammeln? Jawohl. Für die Thompson. Sehr gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Komm, ab nach oben mit uns. Ich glaube, ich wechsel mal kurz auf das Gewehr. Oh, wenn ich hier nochmal nachladen kann. Dann werde ich, glaube ich, den nochmal ganz kurz, genau, mir die Muni dafür holen. Und jetzt wird's interessant. Kommen die auch von unten? Dann müsste ich vielleicht doch wieder zurück wechseln. Hier ist es aber schön, muss ich sagen. Er gefällt mir. Wer bist du denn? Der betrunkene Tiger. Und jetzt... Ah, ein Fahrstuhl. Alles klar. Ein Mucks, Vito. Seit wann bist du dagegen, Krach zu machen? Das sind zu viel. Mucks ihn ganz leise ab. Okay. Woher weiß der ist eigentlich, dass hier zu viele sind? War der hier schon mal? Na gut, schauen wir mal. Ich glaube, wir könnten das auch mit allen aufnehmen. Das wäre jetzt, glaube ich, auch nicht das Problem. Aber wenn er meint, dass wir das leise machen sollen, dann probieren wir das doch mal leise. Ich muss bloß die Tür finden, durch die wir hier durch können. Oh, hier packt sich schon wieder einer fest. Ich fass es nicht. Aber vielleicht kann ich mir den so holen. Oh. Das war jetzt nicht der Plan, aber ist auch okay. So, ach, jetzt rennt er einfach rein. Ist klar. Mensch, Joe, du bist der Kunde. Na gut. Wenn du meinst, dass das so gut geht, ich gehe da mal kurz hier rein. Leg du dich weiter mit den anderen Typen an. Ist okay. So, wie sollen wir denn hier jetzt durchkommen, ohne erwischt zu werden von denen? Das geht doch gar nicht. Ha, Joe, das ist ja eine tolle Idee. Ja, super, jetzt geht's los. Dankeschön. Da hätte ich doch lieber gleich geschossen. Kommt im Schirm noch von dir hinten. Lassen wir Joe erst mal reinrennen. Na gut, geht die offene Schlacht los. Kein Ding. Geht schon. In Teamwork geht das. Also ich finde den chinesischen Akzent ja etwas übertrieben, den die hier drauf haben. Aber gut, wenn ihr meint. Oh, hat er dich getroffen? Was ist das denn? Okay, ich sollte es vielleicht auf die Entfernung nicht unbedingt mit der automatischen probieren. Da könnte ich vielleicht auch mal hier... Komm, dann machen wir mal mit der normalen Pistole. Oh, schade. Ich dachte, das wäre irgendwas Explosives. Nix da. So, ein bisschen Muni aufgehoben. Hier ist noch einer irgendwo. Ach, der ist hier drinnen, oder? Kann das sein? Was haben wir denn hier? Nehmen wir mal die. Ne, hier ist er gar nicht. Hä? Wo ist der Typ? Na gut, ich gehe mal ein bisschen sammeln. Falls es denn hier irgendwas geben sollte für uns. Keine Ahnung. Sieht aber nicht danach aus. Okay. Noch ein bisschen für die Thompson. Weiß, dann wechsle ich auch wieder auf die und dann fahren wir mal nach oben. Joe? Oder müssen wir gar nicht? Na gut, dann gehen wir uns noch den einen holen. Oder müssen wir doch hier durch? Ne. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Komm, wir gehen jetzt erstmal den einen Typen hier noch holen, der hier drüben noch sein sollte. Perfekt. So. Das war der letzte. Siehst du? Bis jetzt läuft doch alles wie geschmiert. Und wenn uns jemand erkennt und Carlo davon Wind bekommt? Deshalb sorgen wir dafür, dass kein Zeuge überlebt. Da unten sind wahrscheinlich noch mehr. Ist das soweit? Jaja, wir hätten auch schon vorher fahren können. Der hat uns eh nicht geracht, der Typ. Aber was soll's. So. Geht das lustige Chinesenschlachten weiter? Los geht's. Du bist tot, du gelber Scheißkerl! Was wollen die von mir? Was meinst du, Wichser, was wir wollen? Wir wollen wissen, wieso du unseren Freund umgelegt hast. Und wir wollen das Geld, das du ihm gestohlen hast. Ich hatte keine Wahl. Ihr Freund war ein Informant der Bundespolizei. Was? Was ratst du da für ein Mist? Unser Kontaktmann im Drogen der Zarnat hat uns berichtet, dass sie von Henry Tomasino über unsere Geschäfte in Kenntnis gesetzt wurden. Das ist eine beschissene Lüge! Moment, Henry soll ein Maulwurf gewesen sein? Ja. Deshalb musste er verschwinden. Das ist Bullshit. Das ergibt keinen Sinn. Und ich nehme an, du hattest doch nichts mit dem kleinen Hinterhalt zu tun, nachdem unser Deal gelaufen war, richtig? Meinen Sie, wir gingen so ein dummes Risiko ein und würden noch dazu unsere Fabrik zerstören? Das war nur ein weiterer Grund, unsere Verbindung zu beenden. Sie haben uns von Anfang an nur Probleme bereitet. Ach ja? Deine Probleme werden bald vorbei sein, Freundchen. Also, wo ist unser Geld? Es ist nicht mehr hier. Was? Und wo zur Hölle ist es? Das werde ich nicht sagen. Wenn du nicht singst, werde ich dein beschissenes gelbes Hirn in diesem ganzen verfickten Zimmer verteilen. Wenn ich es ihnen sage, bin ich sowieso tot. Gut, wie du willst. Hast du sie noch alle? Wolltest du das Arschloch davon kommen lassen? Der hätte uns noch mehr erzählen können. Scheiß drauf, der doch nicht. Das sind knallharte Burschen. Lass uns lieber verschwinden, bevor die Bullen anrücken. Was haben wir jetzt davon gehabt? Verschwinde aus Chinatown. Ich glaube, das wird gleich reichlich unangenehm. Ein unschöner Tanz. Schade, wir können ja nichts einsammeln. Wir haben eigentlich nichts davon gehabt von diesem sinnlosen Rachefeldzug gerade. Außer der Info, Henry war noch lebensmüder als wir dachten. Er war nämlich nicht bloß drauf aus, schnell Koks hier zu verticken und Geld zu machen. Nee, da war von der Bundesbehörde ein Agent. Ich glaube nicht, dass der Laden so schnell wieder aufmacht. Wenn wir genug Zeit hätten, würde ich die Bude abfucken. Ich meine, hat er echt gedacht, dass er mit der ganzen Nummer durchkommt? Da braucht er sich dann in die Wunder, dass er geschlachtet wird. Okay, dann nehmen wir jetzt mal den Weg. Ist mir auch recht. Ach du Scheiße. Na, dankeschön. Wir werden von der Polizei gesucht. Das ist kallios. Verdammte Scheiße, nichts wie weg hier. Das sind zu viele. Wir sollten schnell eine Karre. Ja, das ist eine tolle Idee. Der Karre ist ausgerastet. Schalte den los. Gib mir Deckung wieder. Alles klar. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Ah, alter. Womit schießen die denn? Ich meine, ich würde ja gerne eine Karre suchen für uns, aber... Hm. Ist ein bisschen kompliziert. Verdammte Scheiße, nichts wie weg hier. Das sind zu viele. Der Karre ist ausgerastet. Schalte den los. What? Alter. Verstanden. Das ist ja unnormal hier. Dann blüht dir was. So, jetzt aber. Lauf, Junge, lauf. Alter, wie soll ich denn da wegkommen? Es geht gar nicht. Ich komme da nicht weg. Es geht nicht. So, probieren wir es nochmal auf der Stelle loszurennen. Aber ich meine, was soll ich sonst tun? Ich kann doch schlicht eine Schlacht gegen die anfangen. Ah, verdammte Scheiße. Nichts wie weg hier. Es sind zu viele. Es ist lauf. Nee, ich komme nicht. Es geht nicht. Wie soll ich denn da wegkommen? Verstanden. Alter. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich doch eine Schlacht gegen die anfangen. Wollte ich eigentlich vermeiden. Aber, ja, was soll ich machen? Oh, verdammte Scheiße. Nichts wie weg hier. Weg jetzt ist er nicht. Besorgt uns schnell eine Krähe. Alter. Gib mir Bärung, Vito. Alles klar. Los, Vito. So. Du schießt wie meine Schwester. Scheiße. So, hast du da gehen? So, jetzt aber. Lauf. Okay, wir nehmen dann mal das Auto hier. Oh, shit. Fuck you. Oh, nein. Ernsthaft. Waren da immer noch so viele mit automatischen... Oh, shit. Wie soll man da wegkommen? Ich verstehe es gerade nicht. Wie macht man das denn am besten? Eigentlich kann ich doch nur die Leute niederstrecken, oder? Verdammte Scheiße. Nichts wie weg hier. Das sind zu viele. Wir sollten wenig innen. So, müssen wir halt nochmal probieren. Ich meine... Das ist die einzige Lösung, die ich sehe gerade. Ich bin der Bärung, Vito. Ich bin der Bärung, Vito. Schießt! Oh, 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 oh. Mehr kannst du nicht. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Okay. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Wie viele sind da noch? Eigentlich nicht mehr so viele, oder? Ich bin der Beste. So, der eine dort. Hast du Schiss, Aschlo? Oh, fuck. Okay, jetzt kommen sie von der anderen Seite. Das ist das Problem. Sehr gut. So. Wir stecken mal hier weg. Okay. Okay. Wir haben sie abgehängt. Abgehängt? Ja, kann man auch so nennen. Wenn du meinst. Gut. Kann ich nach Hause, Vito? Ich brauche einen Drink. Das war... Das war beschissen, oder? Ja. Ich will nicht mehr drüber reden. Bring mich einfach zurück nach Hause. Okay. Okay, wir haben bloß das Problem, dass wir sofort wieder gejagt werden, wenn der ein Bulle kommt. Haben wir hier den... Davon müssen wir einen Klamottenladen, irgendwo. Die Frage, was schaffen wir es bis dahin, ohne dass uns ein Bulle in den Eckberg kommt. Du fährst wie meine Großmutter, weißt du das? Okay, den haben wir um Gang hier. Hoffentlich kommt jetzt keiner. So, geschafft. Steig aus, bitte. Nein, nicht wieder einsteigen, oh Junge. Steig mal bitte wieder aus. Dankeschön. So, und jetzt bitte einmal neue Klamotten. Sir, bitte treten Sie näher. So, was zählen wir denn da mal an? Ich bin noch ein bisschen wählerisch hier. Kommen wir den mal weiter. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ich glaube, den haben wir noch nicht. Können wir mal einen auf Fitzgeraldo machen hier. Es war nicht gut. Das Auto würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Versuchen wir uns doch vielleicht lieber einen neuen. Einen, der noch nicht ganz so vorbelastet ist. Joe ist mal wieder nicht so schnell zu Fuß. Tag, Officer. Okay. Das Blöde ist, hier sind jetzt auch gerade Bullen, da ist es ein bisschen unnützig, die Kernen zu klauen. Schauen wir mal hier vorn, ob wir da vielleicht ein bisschen mehr Glück haben. Ist hier denn irgendwo mal was, was man auch einen halbwegs nützlichen Fahrbahnuntersatz nennen könnte? Bin mir noch ein bisschen unsicher. Ich zweifle dran gerade. Mann, Joe ist so langsam. Wahnsinn. Okay, wir müssen dann mal hier vielleicht mit der Karre vorlieb nehmen. Hey, raus mit dir. Ist besser als nix. Komm, geht schon. Achtung. Gut. Ja, ist jetzt nicht die schönste Karre, aber zumindest rollt sie. Zumindest rollt sie, das reicht mir vorerst. So, machen wir auch mal hier den rein. Auch wenn wir natürlich jetzt nicht fürchten müssen, dass wir direkt wieder die große, fette Artillerie an Nais geschickt kriegen. Aber irgendwie ist mir nach solchen heftigen Verfolgungsjagden immer doch lieber mal wirklich hier unterzutauchen. Zumal es ja eh bloß zwei Meter sind. So. Die Nummer lief also ziemlich scheiße. Und es wird von Tag zu Tag beschissener. Muss man ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Das Geschäft war eine Mordskatastrophe. Oh ja. Kannst du laut sagen. Henry ist tot. Das Geld für Bruno ist weg. Wir haben die Hälfte der Tonks gekillt. Und wenn sie denken, dass Carlo uns geschickt hat, gibt's Krieg. Wir sind am Arsch. Ja. Und wenn Carlo sieht, was wir ihm eingebrockt haben? Und wenn Henry wirklich ein Maulwurf war? Nie im Leben. Denk nicht mal dran. Hör zu, erst treiben wir das Geld für Bruno auf. Das lässt wenigstens ein Problem. Aber mir reicht's für heute. Ich brauch ein Drink. Ich ruf dich morgen an und dann sehen wir weiter. Ja, gut. Okay, dann bis später. Und Vito, sei vorsichtig. Kapitel 14 Weg in den Himmel Oder Weg in den Himmel. Man weiß es nicht. Oyster Bay, 25. September 1951. Wahrscheinlich eher Weg in den Himmel. So nach dem Motto Stairway to Heaven. Gut, dann nehmen wir mal den Anruf nah an. Nicht die Tür, das Telefon. Vita, bist du soweit? Klingt das danach? Du hast mich aufgeweckt. Dann kommen die Puschen. Wenn wir Brunos Geld heute nicht auftreiben, sind wir am Arsch. Und wie zum Teufel sollen wir die 50 Riesen auftreiben? Keine Ahnung. Aber bestimmt nicht, indem wir im Bett rumliegen. Ich hab was für den Anfang. Ein Job von Eddie. Bringt gut Geld. Ohne Scheiß? Ja, ich hol dich in ein paar Minuten ab. Also, zieh dich an. Schnapp dir eine Knarre und warte draußen auf mich. Ich erzähl dir alles im Auto. Ich hoffe, das ist nicht wieder eine von deinen genialen Ideen, Joe. Hey, dazu bin ich nicht in der Stimmung. Na echt? Dann sind wir schon zu zweit. Ja, ja, schon gut. Bist du jetzt dabei oder nicht? Klar, wieso nicht? Wann kannst du hier sein? Ich ruf vom Waffenladen um die Ecke an. Ich bin in einer Minute bei dir. Ich warte hinter dem Haus auf dich. Bis gleich. Okay, an dieser Stelle mach ich jetzt aber erstmal eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich nehme an, dass wir das Spiel dann doch schon durchziehen werden bis zum Ende. Wir sind ja jetzt schon relativ weit und es wird immer blöder und blöder für Vito und Joe. Haben sie sich aber auch selbst eingebrockt. Und es war ja nun wirklich abzusehen, dass das eine Scheißidee ist mit dem Koks. Aber gut, was soll's. Sie haben es probiert und es ist schiefgegangen. Selbst schuld, meiner Meinung nach. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss. Bis dahin, geht euch wohl und tschüss. Bis dahin, geht euch wohl und tschüss. Vielen Dank.